Stell dir vor, alle raten, aber keiner weiß, worum es geht. Das ist Hansch. Schreib Hinweise für die Geheimnisse der anderen Spieler. Du kennst sie nicht, aber sie liegen auf jeden Fall mit auf dem Tisch. Dann schnapp dir die Hinweise der anderen, die für dich nützlich sein könnten. Dann vertraue deinem Gefühl und rate. Vielleicht hast du recht. Oder auch nicht.